Meine sehr verehrten Damen und Herren, der erfahrenste Referent ist am Anfang nervös. Wenn er nervös ist, dann redet er zu schnell. Und Malachi hat noch ein Problem, dass er viel zu viel zu erzählen hat. Wir oriental sind ja echt erzähl. Da ich zu viel zu erzählen habe, dann will ich schneller reden, damit ich Ihnen ein bisschen Informationen vermisse. Und wenn das so ist, dann was macht der Referent? Der verschiltert nichts. Dann ist er unverschuldig. Wenn bei mir der Fall ist, schilfe ich ganz laut.